Eine Frage kommt rein. Ist die Pyramide kompostierbar? Ja und nein. Unsere ist es, aber nicht jede. Die Pyramide, es kommt darauf an, was für Material wir haben. Ich reiße das nochmal auf. Also unsere Pyramiden sind kompostierbar. Das steht auch hier vorne drauf. Ich gucke mal, welche Seite das hier ist. Da, unten steht es. Das könnt ihr euch mal anschauen. Die Pyramiden sind kompostierbar. Nach der europäischen Norm EN, schlag mich tot. Die könnt ihr also industriell kompostieren. Das ist kein Nylon, das ist also kein Plastik, sondern das ist ein Polylactoacid, ein PLA. Also ein Biokunststoff, der also industriell kompostierbar ist. Gute Frage.